Heute wird es spannend. Wir reden über Manipulation der Massen und so dreiste Werbekampagnen, dass manche Influencer-Schrottmarken nur davon träumen können. Es geht um Fleisch, Bratwurst, Nuggets, Schnitzel und Steak. Und keine Sorge an die, die jetzt gerade schon wieder eine ethische Veganismus-Debatte fürchten. Darum soll es in diesem Video hier überhaupt nicht gehen. Die moralische Frage zum Fleischkonsum habe ich bereits in anderen Videos diskutiert. Und es gibt viele YouTube-Kollegen, die das argumentativ und equipmentmäßig besser können als ich. Wenn ihr zum Beispiel der englischen Sprache mächtig seid, schaut gerne mal bei Earthling Ad vorbei oder ansonsten auch bei meinen Kollegen Jonas Ems oder Robert Mark Lehmann. Wir klaren mal das Thema Ethik heute mal bewusst aus, um über einen anderen Skandal in der Geschichte des Fleisch- und Tierproduktekonsums zu reden. Vielleicht habt ihr von euren Großeltern oder Eltern schon mal den Satz gehört, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. In veränderten oder abgeschwächten Varianten wäre das dann sowas wie Fleisch ist doch wichtig für die Gesundheit. Der Körper braucht Fleisch. Fleisch enthält lebenswichtige Vitamine. Ich möchte euch heute aufzeigen, woher dieser Leitsatz Fleisch ist ein Stück Lebenskraft eigentlich ursprünglich kommt und dann darüber diskutieren, ob dieser Spruch richtig oder vielleicht auch anzuzweifeln ist. Schaut euch mal diese Seite eines Magazins aus 1973 an. So eine Werbung war vor etwa 50 Jahren keine Seltenheit. Es ist keine Werbung für eine bestimmte Fleischsorte oder Firma, sondern Werbung für deutsches Fleisch im Allgemeinen. Also in dieser Werbung steht Deutschlands Lieblingsbraten ist reich an Vitaminen. Wussten Sie das? Und darunter steht da noch ein etwas längerer Text, den ich euch aber auch unbedingt vorlesen muss. Dass ein Schweinebraten herzhaft schmeckt, weiß jeder. Dass ein Schweinebraten reich an Vitaminen ist, weiß kaum jemand. Vor allem die lebenswichtigen Vitamine B1 und B2 sind im Schweinebraten enthalten. Diese unentbehrlichen Vitamine stärken die Nerven und fördern ihre Kondition. Lassen Sie sich also Deutschlands Lieblingsbraten öfters schmecken, nicht zuletzt wegen der gesunden Kraft seiner Vitamine. Wenn Sie mehr über Schwein, Rind, Lamm und Wurst wissen wollen, schicken wir Ihnen gern unser Fleischlexikon. Coupon einsenden genügt. Und zum Abschluss steht ganz unten dieser berühmt-berüchtigte Satz von Oma und Opa. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Tja, was ist an dieser Werbung aus heutiger Sicht problematisch? Erstens, und das ist eher technisch oder juristisch, dass sie kaum als Werbung erkennbar ist. Denn diese Werbung ist geschrieben wie ein kleiner Artikel. Heute sind wir ja alle recht medienkompetent und könnten das vielleicht enttarnen. Aber ich würde mal behaupten, der ein oder andere hat sich vermutlich vor 50 Jahren davon täuschen lassen und das eventuell sogar für einen journalistischen Bericht im jeweiligen Magazin gehalten. Ich meine, wenn heutzutage Influencer für Produkte werben, da fällt es uns ja schon schwer, zwischen der Meinung des Influencers und der gekauften Empfehlung des Influencers zu unterscheiden. Und da finde ich es naheliegend, dass es vielleicht auch ein ähnliches Dilemma gibt, wenn in der Lieblingszeitung auf einmal eine Art Artikel ist, der aber jetzt nicht wirklich als Werbung gekennzeichnet ist, in dem dann das geschrieben steht. Zweitens, was problematisch ist, und das ist jetzt eher inhaltlich, ist, dass die Werbung ja einige Tatsachen doch stark beschönigt. Das Wort Vitamine allein kommt ganze sechsmal vor. Und natürlich können die Vitamine im Fleisch die Nerven stärken oder die Kondition fördern. Heute weiß man aber, dass Fleischkonsum in großem Maße, vor allem eben auch das gezeigte Schweinefleisch, auch extrem viele Nachteile mit sich bringen kann. Aber dazu später mehr. Damit ihr auch wirklich die Absurdität dieser Aussagen in der Werbung versteht, zeige ich euch jetzt nochmal ein paar andere Werbungen vom gleichen Absender. Zum Beispiel hier. Frühstücke dich fit für den Tag. Wer den Alltagsstress erfolgreich bestehen will, muss fit sein. Ein Fitnessrezept heißt Wurst. Und zwar morgens zum Frühstück. Denn Wurst hat alle guten Kräfte vom Fleisch. Eiweiß, wertvolle Vitamine und lebenswichtige Mineralstoffe. Wer Nerven und Kondition braucht, sollte darum mit einem kräftigen Wurstfrühstück vorsorgen. Gerade bei Wurst, die ja meist hoch verarbeitet ist, wissen wir heutzutage, dass daran im Vergleich zu purem Fleisch gefühlt fast alles scheiße ist. Aber auch dazu später mehr. Es gibt aus diesem Zeitraum noch weitere Kampagnen, auch vom gleichen Absender, aber zu anderen tierischen Produkten. Zum Beispiel der Butter. Und jetzt werden mir sicher auch die Fitnessfreaks zustimmen, die sonst auf Hühnerbrust und Magerquark schwören. Beim Thema Butter sind wir uns ja relativ einig mittlerweile, dass die aufgrund der vielen gesättigten Fettsäuren in Maßen zu genießen sein sollte. Naja, nicht 1968. Da titelte man noch In jedem Stück Butter ist die ganze Reinheit der Natur bewahrt. Butter ist ein Wunder der Natur. Reine Energie, die nicht belastet. Zusammen mit dem Vorschlag, doch bitte Eidotter zusätzlich mit Butter zu verfeinern. Alles klar, da steht dem Herzinfarkt nichts mehr im Wege. Wobei, ich habe das wahrscheinlich einfach nur falsch verstanden. Denn Butter brauchen sie alle. Egal ob starker Mann oder schwache Hausfrau, fleißiger Mann oder faule Hausfrau. Ich kann das nicht mehr. Butter ist wichtig für eine gesunde Ernährung. Ärzte wissen es. Essen sie nicht zu viel Fett, aber genug Butter. Butter hält uns fit und elastisch. Butter gibt Kräfte zum Wachsen. Butter gibt gesunde Vitalität. Butter fördert die Konzentration. Butter ist durch nichts zu ersetzen. Halleluja, es würde mich nicht wundern, wenn Butter bald auch noch Krebs heilt und den Weltfrieden auf die Erde bringt. Hinter all diesen Kampagnen für deutsches Fleisch, deutsche Butter, deutsche Eier, deutsche Bohnen oder deutsches Brot, das Kalorien sparen leichter macht, alles klar, steht eine ominöse Firma namens CMA. Das steht für Zentrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft MbH. Eine Agrarmarketingorganisation, in welcher sich verschiedene Spitzenverbände der deutschen Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie zusammengeschlossen hatten, um landwirtschaftliche Erzeugnisse aus deutscher Produktion zu fördern. Klingt ja erstmal gut und ist heute, obwohl die CMA übrigens seit 2009 nicht mehr existiert, eigentlich aktueller denn je, da wir ja im Rahmen des Klimaschutzes immer mehr Wert auf regionale Produkte und somit kurze Transportwege legen. Also ich fände es nicht schlimm, wenn man zum Beispiel weiterhin die Werbetrommel für deutsche Äpfel rühren würde. Die Kritik, die man an der CMA und ihren Werbemaßnahmen in der Vergangenheit äußern kann, ist also eher eine inhaltliche. So kritisierten zum Beispiel schon Veganer und Vegetarier in der Vergangenheit, dass der Fokus der zum Beispiel Werbung doch sehr stark auf tierischen Produkten läge und man doch besser mehr pflanzliche Alternativen aus Deutschland bewerben sollte. Naja, heute, wo die CMA nicht mehr existiert, ist sie für die meisten Menschen vergessen und quasi egal. Dabei können wir ja eigentlich erst heute das volle Ausmaß der damaligen Werbekampagnen verstehen. Und deswegen gehe ich heute mal einen Schritt weiter mit meiner Kritik. Ich behaupte, dass die CMA mit ihren Kampagnen zu tierischen Produkten nachhaltig einen großen Teil unserer Gesellschaft manipuliert hat. Und dass das einer der Gründe ist, warum Deutschland im weltweiten Vergleich pro Kopf einen so hohen Fleischkonsum hatte und hat. Also klar, nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe. Schaut euch mal diese Grafik hier von meinem Kollegen Nico Rittenau an. Das ist der Fleischkonsum pro Kopf, den eine deutsche Person pro Jahr hat. Um 1820 herum aß der Bürger etwa 15 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Diese Zahl stieg sachte und kontinuierlich an, bis der Erste und der Zweite Weltkrieg kamen. Nach dem Wirtschaftswunder der 50er und Anfang der 60er gab es dann einen fast exponentiell anmutenden Anstieg im Fleischkonsum der Deutschen. 1970 wurde die CMA gegründet. Und zwischen 1973 und 75 wurde dann ordentlich die Werbetrommel gerührt für deutsches Fleisch und Wurstwaren. Ich sag nur, Kennwort Fleisch, das kostenlose Lexikon für alle, die unvoreingenommene Information zum Thema Fleisch haben wollen. Aber auch später, 1987, titelte die CMA noch weiterhin gerne von Fleisch und seiner Lebenskraft. Klar, Korrelation ist nicht Kausalität, das wissen wir mittlerweile. Und das werde ich in diesem Video hier auch nicht beweisen können. Dafür ist es zu lange her und dafür gibt es auch noch zu viele andere Faktoren, die diesen Fleischkonsum bestärkt haben, wie eben das Wirtschaftswachstum. Deshalb kümmern wir uns heute einfach nur mal um diesen berühmten Satz Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Denn ich glaube, wenn wir den zerpflücken und im Kern verstehen, dann verstehen wir auch, wie sehr die Generation vor uns eventuell bezüglich ihres Fleischkonsums manipuliert wurden. Da wäre zunächst die Definition von Fleisch. Das kann ja bekanntlich vieles sein. Also die zarte, fettarme Hühnerbrust vom Biobauern nebenan oder die Wurst aus Schweinefleisch, Speck und Rind aus der schlechtesten Haltungsform kombiniert mit Gewürzen und Nitritpökelsalz und vielleicht auch Zucker, zu dem man irgendwie in der Kühltheke greift. Laut CMA ist Fleisch eine Reihe von unterschiedlichen Fleischerzeugnissen. Hauptsache, das Produkt hat mal Fleisch gesehen. Egal ob Sauerbraten aus Rind, Schweinebraten oder hochverarbeitete Wurst. Zu späteren Zeitpunkten in der Werbung von der CMA übrigens auch diverses Grillgut, Salami oder Hühnchenschenkel. Das alles wird beworben unter dem Begriff Fleisch. Und dann haben wir jetzt noch die Definition von Lebenskraft. Wikipedia erklärt diesen Begriff wie folgt. Kraftfähigkeit zu leben, zu überleben, sich zu entwickeln. Kraft, die alles Lebendigem innewohnt, das Leben ausmacht. Und ab hier stelle ich einfach mal ein paar Fragen in den Raum. Was hat es mit Lebenskraft zu tun, wenn Fleisch auf so hochverarbeitete Art konsumiert wird wie in Wurst? Wir kennen ja jetzt das Werbeplakat der CMA für Wurst. Das Fitnessrezept. Naja, 2015 hat die Weltgesundheitsorganisation eine Analyse von über 800 Studien zum Thema Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch durchgeführt. Und letzteres kann laut den Wissenschaftlern mit großer Sicherheit Krebs auslösen. Daher wurde verarbeitetes Fleisch sogar von der WHO in die Gruppe 1 krebserregend eingeordnet. In der gleichen Gruppe finden sich auch das Rauchen, Alkohol, Asbest oder Röntgenstrahlung. Natürlich kann man dadurch alleine jetzt noch lange nicht sagen, oh, du isst so und so viel Wurst, dann bekommst du mit der und der Wahrscheinlichkeit Krebs. Aber man kann gesamtgesellschaftlich sagen, dass uns ein niedrigerer Konsum von diesem hochverarbeiteten Fleisch sicherlich guttun würde. Machen wir weiter. Was hat es mit Lebenskraft zu tun, wenn Fleisch in solchen Massen konsumiert wird, wie wir es heute tun? In dieser CMA-Werbung aus 1975, die ich euch bis jetzt noch gar nicht gezeigt habe und die, by the way, auch wieder einfach nur aussieht wie ein Interviewartikel und nicht wie Werbung, heißt es, auf die im Fleisch enthaltenen Ernährungsbestandteile sollten wir nicht verzichten. Fleisch sollte also unser täglich Brot sein? Da geben Sie ein gutes Stichwort, wenn ich sie wörtlich nehmen darf. Meist geben wir unserem Körper viel zu viele Kohlenhydratträger. Die sollten aber bei moderner, ausgewogener Ernährung nur etwa 50% unseres Kalorienbedarfs decken. Und weil Fleisch viel Eiweiß und Mineralstoffe enthält, sollte der Rest des Kalorienbedarfs hauptsächlich mit Fleisch gedeckt werden? Das ist nicht der einzige Grund. Und dann geht es mal wieder weiter über die tollen Vitamine im Fleisch. Und hier wird ganz eindeutig, auch wenn es nicht direkt ausgesprochen wird, aber indirekt suggeriert, dass man doch bestenfalls 50% seines täglichen Kalorienbedarfs mit Fleisch decken sollte. Und das ist, gelinde gesagt, gemeingefährlich. Das hier nämlich neben diesem tollen Interview abgebildete Fleisch ist übrigens Schweinekotelett. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich habe da ein paar Metzger gefragt. Aber selbst wenn es Rind oder Lamm sein sollte, fällt es unter die sogenannte Kategorie rotes Fleisch. Ich hole mal ein wenig aus. In dieser Studie hier aus 2019 hat man Daten aus vielen verschiedenen Studien gesammelt, um herauszufinden, wie viel von jedem Nahrungsmittel am besten für unsere Gesundheit ist und unser Sterberisiko minimiert. Bei einer Ernährungsweise mit hohem Konsum von rotem Fleisch belief sich diese Menge auf 23 Gramm, was also schon mal eher eine Obergrenze als eine optimale Menge darstellt. Und wenn ihr euch 23 Gramm jetzt irgendwie mal bildlich vorstellen wollt, denkt euch einfach so eine 100 Gramm Schokoladentafel und davon ein Viertel, etwas weniger als ein Viertel sogar. Das vom Gewicht sollte man pro Tag essen, maximal am besten an rotem Fleisch, laut dieser Studie. Und wenn man das hochrechnet auf ein Jahr, wären das übrigens auch nur 8,4 Kilogramm rotes Fleisch pro Jahr. Das klingt ja alleine schon mal gar nicht nach, oh, wir sollten 50 Prozent unseres täglichen Kalorienbedarfs mit Fleisch decken. Aber jetzt habt ihr vielleicht zu Recht die Frage, ja, wie viel isst man denn so im Schnitt Fleisch pro Tag und pro Jahr? Da habe ich euch mal eine Schätzung des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch rausgesucht. Und die schätzen, dass ein Deutscher 2022 im Schnitt 8,7 Kilogramm Rindfleisch und 29 Kilogramm Schweinefleisch konsumiert hat. Übrigens, das ist jetzt auch wirklich nur menschlicher Verzehr, habe ich extra darauf geachtet. Also wenn wir davon reden, wie viel Schwein zum Beispiel pro Kopf drauf geht, auch bezüglich Futter und Abfall, dann sind es sogar um die 40 Kilogramm im Jahr. Wie auch immer, Pferd, Lamm und Ziege, die fallen auch unter die Kategorie rotes Fleisch. Da kommen wir nochmal auf etwa 0,6 Kilogramm Verzehr. Also das ist fast zu vernachlässigen. Und wenn man das jetzt runterrechnet durch 365 Tage, dann macht das etwa 105 Gramm rotes Fleisch pro Tag. Und das ist ja mal ganz weit weg von der Empfehlung 23 Gramm. Und, auch vielleicht interessant, habe ich mir jetzt einfach nur gedacht, soweit ich das verstanden habe, sind die Veganer und Vegetarier, die den Schnitt ja drücken, in dieser Schätzung noch nichtmals ausgeklammert. Also wenn wir jetzt mal überlegen, okay, wir haben in Deutschland 10 Prozent Menschen, die gar kein Fleisch essen und das hochrechnen, dann würden wir für die Fleischesser sogar auf 116 Gramm pro Tag kommen. Was das Fünffache der empfohlenen Menge aus der Studie ist. Also frage ich direkt mal weiter. Was hat es mit Lebenskraft zu tun, wenn unser heutiger Fleischkonsum das Risiko für Schlaganfälle, Diabetes, Herzkrankheiten oder Darmkrebs steigert? Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass ein zu hoher Konsum von rotem Fleisch und von hochverarbeitetem Fleisch nicht ganz so geil ist. Wie wenig geil genau, das versuchte eine Meta-Analyse von eben ganz vielen Studien aus dem Jahr 2014 zu ermitteln. Sie wollten nämlich bestimmen, um wie viel Prozent sich ein Krankheitsrisiko erhöht, wenn man mehr von einer dieser Fleischarten zu sich nimmt. Nimmt man 50 Gramm verarbeitetes Fleisch pro Tag mehr zu sich, also zum Beispiel 50 Gramm mehr Fleischwurst, Bratwurst, Salami, Nuggets, so erhöht sich das Risiko für Typ-2-Diabetes um 51 Prozent, das Risiko für koronare Herzerkrankungen um 42 Prozent, das Risiko für Schlaganfälle um 13 Prozent und das Risiko für Darmkrebs um 18 Prozent. Aber hey, nicht vergessen, das Fitnessrezept heißt Wurst zum Frühstück. Und weil es so schön ist, kommen wir direkt zu rotem Fleisch. Da rechnet man mit einer Menge von 100 Gramm mehr pro Tag. Also wenn man jetzt zum Beispiel 100 Gramm mehr Schweinekontlett, Rindersteak oder Lammhackse am Tag isst, dann erhöht das laut der Meta-Analyse das Risiko für Typ-2-Diabetes um 19 Prozent, das Risiko für Schlaganfälle um 11 Prozent und das Risiko für Darmkrebs um 17 Prozent. Aber hey, lassen Sie sich Deutschlands Lieblingsbraten ruhig öfter schmecken. Hm, also ich weiß nicht. Für mich ist das eigentlich das Gegenteil von Lebenskraft. Naja. Aber spinnen wir das Ganze noch ein bisschen weiter. Was hat das eigentlich mit Lebenskraft zu tun, wenn unser Fleischkonsum maßgeblich für Antibiotika-Resistenzen verantwortlich ist? Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Also in der Massentierhaltung, da werden Antibiotika eingesetzt, um zu vermeiden, dass zu viele Tiere krank werden. Also das ist jetzt nicht so, dass da ein krankes Schwein ist oder ein krankes Hühnchen, das irgendwie rausgepickt wird und dann mit Antibiotika behandelt. Nein, nein. Häufig werden Antibiotika flächendeckend auch zur Vorbeugung von jeglichen Krankheiten gegeben. Lediglich bei Bio-Betrieben, die dann Bio-Fleisch produzieren, ist das anders. Also da gibt es strengere Richtlinien. Was ist jetzt das Problem mit Antibiotika? Dieser übermäßige Einsatz kann zur Entwicklung von Bakterien führen, die sozusagen gegen das Antibiotikum immun werden. Und wenn die dann in die Umwelt gelangen, sei es durch die Ausscheidung von Tieren oder durch den Verzehr, dann können eben auch Menschen diese resistenten Bakterien aufnehmen. Und dann kann es eben passieren, dass du eine Bakterieninfektion oder Krankheit hast und kein Antibiotikum mehr dagegen wirkt. Auch das ist für mich irgendwie persönlich eher das Gegenteil von Lebenskraft. Naja. Und was hat das eigentlich mit Lebenskraft zu tun, wenn unser Fleischkonsum das Klima nachhaltig bedroht? Die Nutztierhaltung verursacht ja bekanntlicherweise verschiedenste Gase, die den Treibhauseffekt bestärken. Die bekanntesten sind wohl CO2 und Methan. So hat zum Beispiel die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen berechnet, dass etwa 14,5 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen auf die Nutztierhaltung zurückzuführen sind. Ein großer Aspekt sind dabei Futtermittel. Beispielsweise wird in Südamerika viel Wald gerodet, um Soja anzubauen. Aber nicht für die Veganer, die das Soja essen, wie manchmal fälschlicherweise behauptet wird. Nein, nein, hauptsächlich für Mastvieh, das dieses Soja frisst. Und zwar viel mehr, als der ein oder andere Veganer das überhaupt könnte in so kurzer Zeit. In dieser Tabelle seht ihr ganz gut, wie viel Land man für 100 Gramm Rindfleisch nutzen muss und wie viel für 100 Gramm Tofu. Weil das Rind selbst eben auch schon Land vom Tofu beansprucht. Der Verzicht auf Fleisch oder eine drastische Einschränkung des Konsums könnte uns also eine gewaltige Menge Treibhausgasemissionen einsparen lassen. Und wir haben jetzt noch gar nicht über andere klimarelevante Themen geredet. Also abseits dieser ganzen Treibhausgase gibt es ja auch noch so Faktoren wie, dass Lebensräume von anderen Tieren verloren gehen durch die Abholzung und Brandrodung für Futtermittelanbau. Oder dass auf gewissen Äckern Monokulturen entstehen, weil man immer nur ein gewisses Futtermittel anbaut. Oder auch das, was als Gülle hinten aus den Tieren wieder rauskommt und zwar nicht zu knapp. Und da kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel und eine weitere Frage, die ich mir stelle. Was hat das eigentlich mit Lebenskraft zu tun, wenn unser Fleischkonsum unser Grundwasser nachhaltig verseucht? Im Kot von Nutztieren findet man nämlich Nitrate, die bei der Ausscheidung auf, keine Ahnung, der Wiese von diesen Tieren, aber vor allem auch im Düngen, also im Dünger, das ja oft mit Gülle gemacht wird, in den Boden und ins Grundwasser gelangen können. Und wer jetzt sagt, ja, was juckt mich statt Grundwasser? Der hat vielleicht vergessen, dass in Deutschland knapp drei Viertel des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen werden. Und es gibt, könnt ihr euch mal anschauen, ganz interessant, ganze Karten, die anzeigen, wie hoch deutschlandweit so der Nitratwert des jeweiligen Grundwassers ist. Spoiler, rot bedeutet zu hoch, höher als die europäischen Richtlinien. Und ich sehe viel rot auf dieser Karte. Ja, was ist das Problem von Nitrat? Also wenn Nitrat im Körper zu Nitrit wird, das kann passieren, dann kann das vor allem für Säuglinge gefährlich werden, für erwachsene Menschen jetzt nicht so sehr. Da ist es dann nur krebserregend. Aber ihr müsst jetzt keine riesengroße Panik bekommen. Also ihr könnt trotzdem noch Trinkwasser und Leitungswasser trinken. Also es wird kontrolliert in Deutschland, dass das Trinkwasser eben nicht zu hohe Nitratwerte hat. Deswegen keine Panik bekommen. Übrigens Leitungswasser sehr gut für die Umwelt. Viel besser als immer Flaschen zu nutzen und ranzuschleppen, Plastikflaschen. Das ist jetzt gar nicht unbedingt das Kernproblem, was es mit dem Trinkwasser und uns Menschen macht. Ein weiteres Problem ist auch eher, was es mit der Umwelt macht. Also Nitrat wird nicht umsonst eingesetzt, um Pflanzen zu düngen, dass Pflanzen schnell wachsen. Und wenn das ins Grundwasser gelangt, dann kann es eben auch zum Beispiel in Flüsse und in Meere gelangen. und da dafür sorgen, dass Algen sehr schnell und exponentiell fast wachsen. Nennt man dann Algenblüte. Und das wiederum verringert dann den Sauerstoffgehalt des Wassers. Und es ist eigentlich so eine Kettenreaktion und keine positive. Aber immer dran denken, Leute, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Sammeln wir uns mal kurz. Was soll euch dieses Video eigentlich sagen? Zum einen, dass es für die Gesundheit des Planetens, aber auch für eure eigene Gesundheit von Vorteil wäre, insgesamt im Schnitt deutlich weniger Fleisch zu essen. Wenn ihr euch für komplett pflanzliche Ernährung interessiert, dann empfehle ich euch den eben schon mal erwähnten Kollegen Nico Rittenau. Der setzt sich nämlich wirklich sehr, sehr kritisch auch mit den Nährstoffen in der veganen Ernährung auseinander. Aber selbst wenn ihr jetzt sagt, yo, ich bin der Überzeugung, ich brauche Fleisch, es macht mich gesund, was auch immer, es bietet mir Vitamine und Energie, dann trotzdem vermutlich nicht in diesen Massen, wie es in Deutschland im Durchschnitt konsumiert wird. Das sollte ganz klar sein. Und dieses Video soll euch noch einen weiteren, meiner Ansicht noch viel wichtigeren Gedanken mitgeben. Nämlich, wie schnell wir kollektiv so eine Art Irrglauben aufsitzen können, und den dann auch nutzen, um unser Verhalten zu rechtfertigen. Und dass wir auch dafür teilweise nicht mal was können, weil das irgendwie schon generationenübergreifend durch unsere Großeltern an unsere Eltern weitergegeben wurde. Dieses, ja, Fleisch ist wichtig. Gerade von der Generation, müssen wir ja auch immer bedenken, unserer Großeltern, die ja nichts hatte, die auch irgendwie natürlich logischerweise so viel von allem aufnehmen wollten wie möglich, weil sie es eben gewohnt waren, teilweise noch zu hungern in der Nachtkriegszeit. Also, das ist nicht mal böse gemeint oder so. Es macht auch teilweise Sinn, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat. Nur es macht eben heute nicht mehr genauso viel Sinn. Dass Fleisch auch Vitamine beinhaltet, die der Gesundheit förderlich sein können, das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber das Fleisch in den, ja, vor 50 Jahren empfohlenen Mengen und in dieser hochverarbeiteten Art gesund sein soll, das ist halt laut heutigem Erkenntnisstand Bullshit. Und wenn ihr jetzt diese Erkenntnis erlangt habt, dann kommt mit dieser Erkenntnis auch eine gewisse Verantwortung. Das nächste Mal, wenn ihr eine hochverarbeitete Wurst aus der Packung auf euer Brot legt, und schon am Tag davor ein Schnitzel hattet und am Tag davor Nuggets gegessen habt, dann macht ihr das nicht, weil der Mensch ja Fleisch braucht. Nein, dann macht ihr das unter anderem, weil ein Lobbybetrieb, nenne ich es jetzt mal, vor 50 Jahren eine clevere Werbung gemacht hat. Das geht also auch raus an alle, die da draußen immer über Verschwörungen reden. Ich weiß, das ist die Minderheit, aber davon gibt es ja auch welche, die dann so Sachen sagen wie, ja, die da oben, die wollen uns vegan machen und das ist die Anti-Fleisch-Propaganda, die uns verweichlichen will. Sorry to say, ihr seid die, die auf Propaganda reingefallen sind. Und zwar auf eine, die über 50 Jahre alt ist. Und das ist, ja, irgendwie dann schon fast peinlich. Und damit entlasse ich euch in die Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, vielleicht kommt es ja zur ein oder anderen hitzigen Diskussion mit entfernten Verwandten unterm Christbaum. Ich werde erst im Februar wieder hier auf diesem Kanal aktiv sein. Weiterhin findet ihr mich aber nach wie vor auf meinem Reaction-Kanal hier auf YouTube, auf meinem Twitch-Kanal und in meinem Podcast, da aber mit einem etwas anderen Thema. Das geht alles über die Weihnachtszeit weiter. Abonniert jetzt noch gerne diesen Kanal, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, solltet ihr das definitiv tun, denn dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.